Hey, Johannes hier von NewGadgets.de und in diesem Video schauen wir uns das neue MSI P65 Creator Notebook an. Einmal hier in Silber und einmal hier in der weißen Special Edition. Vom P65 Creator wird es einmal die White Limited Edition geben, die ihr hier rechts seht, und dann nochmal eine Silver Edition. Die White Limited Edition hat einfach ein bisschen mehr Performance, da kommen wir aber gleich zu. Fangen wir mal mit dem Display an. Also wir haben hier ein 15,6 Zoll Display, wie man hier sehen kann. Ist es non-glossy. Es ist kein IPS-Panel, sondern ein IPS-Level-Panel. Hat einen dünnen Displayrahmen, wie man hier sehen kann. Und hier oben befindet sich auch noch in der Mitte die Webcam. Die Auflösung beträgt Full HD, also 1920x1080 Pixel. Und wir haben hier eine fast 100%ige sRGB-Farbraumabdeckung. Natürlich wird es wieder verschiedene Konfigurationen geben, also wir können hier hochgehen bis zum Intel Core i7 der 8. Generation. Und von der Grafikkarte her gibt es eine Nvidia GeForce GTX 1050 Ti für die Silver Edition. Und für die White Limited Edition gibt es die GeForce GTX 1070 Max-Q. Und somit haben beide Notebooks ja eigentlich schon richtig viel Leistung. Die White Limited Edition einfach noch ein klein bisschen mehr. Und die finde ich optisch auch echt gelungen. Vom RAM her können wir hier hochgehen bis zu 32 GB DDR4 RAM in zwei Slots. Und es wird natürlich auch noch einige SSD-Konfigurationen geben. Die Tastatur ist beleuchtet und kommt im Chiclet-Style-Design. Und wir haben hier oben dann auch noch die Lautsprecher und unter der Tastatur das große Touchpad mit integrierten Maustasten. Und auch noch hier oben links einen Fingerabdrucksensor. Auf der Tastatur lässt sich gut schreiben und sie ist auch schön leise, was mir persönlich gut gefällt. Denn ich störe andere Leute nicht gerne mit meinem Tastatur-Tippen. Kommen wir mal zu den Anschlüssen. Da haben wir hier auf der rechten Seite erstmal einen USB-A-Port, USB-C, das sind beides USB 3.1. Dann haben wir hier auch noch einen Mini-Display-Port, einen großen HDMI-Port und einen DC-In. Die White Limited Edition unterstützt übrigens auch noch Thunderbolt 3. Auf der linken Seite haben wir die Audio-Ports, zwei weitere USB-A-Ports, einen LAN-Port und einen Kensington-Keylock. Hier an der Seite könnt ihr auch nochmal sehen, wie dünn das Gerät ist. Das ist für ein 15,6 Zoll Notebook auf jeden Fall schon echt ordentlich. Auf dem Display-Cover seht ihr auch noch den MSI-Dragon, aber der ist recht dezent gehalten, finde ich. Also das Notebook schreibt nicht, dass es ein Gaming-Notebook ist, sondern eher, dass es ein Business-Notebook ist, was auch noch ein bisschen Leistungsreserven für Gaming hat. Und wenn wir schon mal über Gaming reden, da habe ich natürlich auch noch einen Benchmark, und zwar hier 3D-Mark. Den lassen wir jetzt erstmal drüber laufen, da sehen wir mal, wie performant das System ist. So, in der Timespy-Demo haben wir jetzt also einen Punktestand von 3901. Und wie man hier auch im Vergleich sehen kann, ist das Notebook hier unter einem 4K-PC angesiedelt, was natürlich klar ist, aber wir sehen hier auch, dass es über einem Gaming-Laptop ist. Also, was schon natürlich sehr beeindruckend ist. Und es ist besser als 40% aller anderen Werte. Wir können mit dem Notebook jetzt also nicht nur gut Bilder bearbeiten oder Videos schneiden, sondern auch eigentlich so ziemlich jedes aktuelle Spiel zocken. Und da die Arbeitsgeschwindigkeit natürlich auch wichtig ist, habe ich hier auch noch den PC-Mark 10. Und auch den lassen wir jetzt hier einmal kurz durchlaufen. Ja, und der PC-Mark 10-Score ist 5024, und das finde ich auch einen ordentlichen Wert. Kommen wir mal zur Verarbeitung. Also, wir haben hier ein Aluminium-Gehäuse, was mir schon sehr gut gefällt. Die weiße Variante von der Optik her natürlich noch ein bisschen mehr. Wir können das Display hier um 180 Grad nach hinten drehen, was mir schon sehr gut gefällt, denn ich habe ein Notebook derzeit, da kann man nicht wirklich komplett nach hinten gehen. Das hört ab einem gewissen Winkel auf und manchmal wünsche ich mir dann doch einfach noch ein bisschen mehr. Es ist natürlich auch schön, dass wir hier eigentlich so ziemlich alle Anschlüsse haben, die man unterwegs benötigt, wie USB-A, USB-C, HDMI, sogar ein Mini-Displayport. Es gibt ja einige Notebooks, die nur noch auf USB-C setzen, und das finde ich einfach ein bisschen zu früh, denn ich denke mal, die meisten von uns werden noch USB-A-Geräte haben oder unterwegs gerne mal ein HDMI-Kabel anschließen, ohne einen Adapter mitschleppen zu müssen. Also da finde ich den Kompromiss aus einem dünnen Gehäuse und trotzdem eigentlich so ziemlich allen Ports, die man braucht, schon sehr gut gelungen. Die Dimensionen sind 358,5 mal 247,7 mal 17,9 und das Notebook wiegt nur 1,88 Kilogramm. Und ich muss sagen, für ein 15,6 Zoll Notebook ist das auf jeden Fall schön dünn und leicht. Und ich bin ja normalerweise eher so für 13 Zoll. Und da es eigentlich so ziemlich so viel wiegt wie mein 13 Zoll Notebook, könnte ich mir durchaus vorstellen, das mal einzusetzen. Zum Marktstart bis Ende des Jahres gibt es auch noch einen Software-Bundle dazu im Wert von über 300 Euro. Da sind beispielsweise Movie Edit Pro 2018 und Corel Paint Shop Pro X9 dabei. Also man kann hier direkt mit Video- und Bildbearbeitung starten. Ja, das MSI P65 Creator wird ab Oktober verfügbar sein und wie gesagt, in verschiedenen Varianten. Wenn ihr euch für das Notebook interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen entsprechenden Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Und das war mein Video mit dem neuen MSI P65 Creator. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Notebook habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und wir versuchen sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Und ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Falls ihr Interesse an dem Notebook habt, findet ihr außerdem unten in der Videobeschreibung einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao! Ciao!